So, man konnte also sehen, hier wird noch fleißig verputzt, geht aber langsam Richtung Ende. Der wesentliche Teil, der noch fehlt, ist einfach das Treppenhaus und die Flure hier im Erdgeschoss, so wie im Obergeschoss bzw. im Keller halt. Ich denke mal, oder ganz unrealistisch, dürfte es nicht sein, wenn man das jetzt hier diese Woche abschließt. Vielleicht braucht es auch noch ein paar Tage mehr, mal sehen. Aber im Wesentlichen, oder die meiste Fläche, ist eben tatsächlich schon verputzt und dann kann es nämlich in einem der nächsten Schritte mit anderen Themen weitergehen, zum Beispiel mit der Installation der Kanäle, mit der bodenbündigen Estrichkanäle. Damit habe ich hier parallel dazu eben schon mal angefangen. Das ist jetzt hier so ein Tehalid-BKB-Kanal, der Unterflurteil eben, der in den Boden eingelassen wird. Die sind ja in ihrer ursprünglichen Form zwei Meter lang. Das heißt, ich musste hier jetzt dieses Stahlblech durchtrennen, um die eben in die gewünschte Länge zu bringen. Die werden jetzt hier am Rand installiert werden, an strategisch ausgewählten Punkten. Dort laufen dann auch die ganzen Leerrohre zusammen. All das muss eben ordentlich noch installiert werden. Das ist noch eine Menge Arbeit. Das ist jetzt aber mal eine andere Form von Arbeit. Irgendwie mit Metall hat man zu tun. Ist auch nicht ganz trivial und nicht ganz unaufwendig, hier das zu trennen und zu schneiden. Aber das habe ich mir so ausgesucht. Das wollte ich so und ich hoffe, dass ich dann eben ganz viel lange, ganz viel Spaß mit diesen Kanälen nachher habe. Und ja, das mache ich jetzt hier so ein bisschen parallel dazu. Habe ich schon eben angefangen an den Stellen, wo schon verputzt worden ist, hier mal die Länge ordentlich zu messen und eben diese Kanäle da entsprechend zuzuschneiden und so weiter. Dazu gibt es aber sicherlich noch mal an anderer Stelle mehr Videos zu. Denn auch dieses Thema wird mich jetzt noch ein paar Wochen begleiten, bis jetzt hier eben alles installiert ist. Bevor dann eben der Bodenaufbau folgen kann, bevor dann die Fußbodenheizung installiert werden kann bzw. eben der Estrich folgt, müssen all diese Kanäle eben installiert werden. Ein Problem, was ich mit diesen Kanälen aktuell habe, ist hier so die globale Ressourcenknappheit bzw. einfach die Verwerfungen, die es gerade gibt, um Rohstoffe, die man eben im Baubereich aktuell braucht. Denn ich hatte die ursprünglich schon fast von einem halben Jahr bestellt. Kanäle und so weiter, alles da. Ich habe jetzt hier Material im Wert von mehreren tausend Euro herumliegen und es scheitert bei der Installation aktuell am Endeffekt an Gewindestangen. Also es gibt hier so Nivellierungssets oder Nivellierungsbolzen, die werden hier eben eingeschraubt. Das ist hier, wie man sehen, ein Gewinde. Da schraubt man eben diese Nivellierungsstange hinein, kann das Ganze dann schön in der Höhe ausrichten. Ein paar davon habe ich auch da, aber die ursprünglich bestellte Menge wurde eben noch nicht geliefert. Und ja, da gab es irgendwie bezüglich der Liefertermine und so weiter immer wieder Verschiebungen. Auch jetzt habe ich noch keinen fest zugesagten Termin. Da bin ich noch in der Klärung und hoffe, dass ich das irgendwie an absehbarer Zeit hier an die Baustelle schaffen kann. Denn wie gesagt, hier scheitert es jetzt irgendwie an Centartikeln und ich kann mit Elektroinstallationen, die eben viele tausend Euro gekostet hat, nicht weitermachen, weil eben besagte Gewindestangen fehlen. Das ist ein bisschen nervig, das ist ein bisschen ärgerlich und das ist jetzt hier einfach irgendwie dem globalen Stahlmarkt oder wie auch immer zuzuschreiben. Ich persönlich habe jetzt hier in den letzten Tagen im Bereich der Fassade auch einiges gemacht. Und zwar habe ich hier vorbereitend für die spätere, für den Außenputz und für die Wärmedämmung, die hier eben angebracht wird, überall dort, wo Lichter, Lampen, Bewegungsmelder und so weiter installiert werden, eben hier so Geräteträger, so Teleskop-Geräteträger montiert. Die gibt es in zwei Varianten. Das ist jetzt hier wirklich so ein Geräteträger. Das heißt, hier kann man nachher in diesem Kunststoff hier, die Fläche kann man eben auch benutzen, um dann Geräte hineinzuschrauben. Das kann man sich vorstellen wie so ein Dübel. Man hat einfach einen festen Untergrund, in den man hineinschrauben kann. Das Ganze ist an der Mauer selbst fixiert mit Schrauben und Dübeln. Und da hat man einfach so ein paar Kilo Haltekraft, die man hier montieren kann. Man muss sich eben nicht herumquillen nachher mit dem, ansonsten ja, Styropor, der sich hier eben befinden würde. Das gibt ja dann doch einfach keinen richtigen Halt, beziehungsweise man braucht halt spezielle Dübel und so weiter. Wenn man das eben im Vorfeld klären kann, dann ist das durchaus empfehlenswert. Und Variante zwei, die ist hier zu sehen, das ist so eine Gerätedose. Auch hier die Abstandshalter sind die gleichen, die werden eben in der Wand montiert. Und hier hat man dann einfach ähnlich wie im Innenbereich so eine Dose, die man nachher hier einsetzen kann. Die Dinge werden jeweils dann komplett umschlossen von dieser Wärmedämmung, von diesem Wärmedämmverbundsystem. Muss passgenau hier angearbeitet oder halt gearbeitet werden. Aber insgesamt doch eine sinnvolle Sache praktisch und vor allem auch thermisch entkoppelt. Das ist komplett Kunststoff. Das ist jetzt hier irgendwie kein Metall, das jetzt die Energie, die Wärme eben aus der Wand heraus in den Außenbereich befördert. Insofern ist das schon eine schöne Sache. Eine weitere Veränderung hier im Außenbereich ist direkt über dem Eingang zu sehen, beziehungsweise beim Eingang über dem Eingang. Und zwar in Form dieser drei schwarzen Blöcke, die hier montiert worden sind, beziehungsweise die ich hier montiert habe. Und zwar sind das sogenannte Schwerlastkonsolen, in dem Fall von der Firma Dosteber. Und da ist einfach der Hintergrund, dass man auch hier aufgrund dieses Wärmedämmverbundsystems, das wir eben haben werden, das ist zwölf Zentimeter stark. Auch hier muss man eben, um irgendwas montieren zu können, kommen. Man kann das nicht direkt in den Styropor reinschrauben. Unser Vordach wiederum, das wird so ein L werden. Das heißt, hier gibt es so eine überspannte Fläche und dann gibt es halt eine, die nach unten zeigt. Da ist dann auch eine Stütze drin, das trägt sich dann irgendwie so ein bisschen selbst. Aber gerade hier in diesem Bereich, da braucht es dann doch nochmal die Möglichkeit, das an der Wand eben zu fixieren. Und das kann man, wie gesagt, nicht einfach in den Styropor schrauben. Gleichzeitig kann man aber auch nicht so ohne weiteres eben in den Styropor oder durch den Styropor irgendwie ins Mauerwerk reinschrauben. Das ist einfach statisch nicht so ganz einfach, dass das dann die entsprechenden Kräfte eben aushält. Und zum anderen aber auch hat man da eben ganz schnell wieder diese Wärmethematik und muss das irgendwie thermisch dann entkoppeln. Ansonsten hat man das Problem, dass man da irgendwie die Wärme mit Metall aus der Wand leitet. Das möchte man natürlich auch nicht. Daher eben diese Schwerlastkonsolen, die sind leider auch nicht ganz günstig, sind aber an sich eine gute Sache. Die sind eben auch so aufgebaut mit PU-Schaum und mit allen möglichen Materialien, die dann eben vermeiden, dass man hier die Wärme ableitet aus der Wand, einfach indem das entkoppelt ist. Die Fläche, in die man nachher dann eben seine Schrauben schraubt und seine Gewinde reinbaut und so weiter, das ist auch ein mehrstufiger Prozess, die sind einfach nochmal entkoppelt von dem Block, der dann eben an die Wand geschraubt ist. Und daher ist das einfach mit die sauberste Möglichkeit, hier größere Lasten eben an der Außenfassade zu montieren. Sobald das Wetter hier jetzt auch mal ein bisschen schöner und besser ist und es hier nicht regnet, kann ich auch mal ganz ums Haus herum gehen und so ein bisschen erklären, was ich hier bei den einzelnen Punkten und Stellen gedacht habe. Von der Theorie her im Einzelnen sind die Schritte nämlich doch immer sehr ähnlich. Ich habe halt entweder mit diesen Geräteträgern bzw. Gerätedosen gearbeitet. Auch davon wird einiges am Anfang blind bleiben, aber ich habe zumindest die Möglichkeit im Nachgang was zu installieren. Nur das Wetter ist gerade nicht so einladend, der Boden schaut entsprechend aus und ich möchte jetzt nicht so sehr ums Haus herumlaufen, wenn sie es eben vermeiden lässt. Daher muss ich euch hier jetzt eben auch später vertrösten. So, das waren jetzt also die wesentlichen Veränderungen, die sich ergeben haben in den letzten Tagen. Hier teilweise eben durch die Firma, die hier die Innenwände verputzt, teilweise eben ganz aktiv durch mich, gerade im Bereich der Außenfassade und so weiter. Und ich hoffe jetzt einfach, dass es in den nächsten Tagen eben zu einem Abschluss kommt, beim Verputzen. Also da fehlt jetzt hier insbesondere nur noch im Flur und im Treppenhaus. Das ist noch eben zu verputzen. Alles andere ist soweit fast schon fertig und das sollte jetzt dann doch in der folgenden Woche und in den darauffolgenden Tagen eben abzuschließen sein. Und dann ist auch eben dieses Kapitel soweit durch. Und dann kann man sich auch wieder eben anderen Themen widmen. Dabei würde ich euch gerne mitnehmen mit meinen Videos und hoffe einfach, dass wir uns in einem späteren Video wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Einen schönen Abend. Bis dann. Tschüss.